Dann stellen wir Ihnen jetzt hier das neue und überarbeitete Steadify vor, eine verbreitete Gabel, ein Element weniger und die Bewegungen sind einfacher. Cooler Flaschenprinzip, drei Klicks, drei Elemente arretieren, umfassen, rausholen, in Anschlag gehen. Und mit nur einem Klick komplett die Höhe vom Anschlag verändern. Egal in welcher Art und Weise man es nutzen will. Rückjagdssituation, das Gewicht ist absorbiert, ich gehe in Anschlag, arretiere und muss nur noch vorgehen. Nächste Nutzungsweise, angestrichen schießen, kurz umsetzen. Unterpacken. Ich habe hier den dritten Punkt, der mir enorm hilft und durch das Kugelgelenk folgt. Weiterhin, schießen im Liegen, kurz arretieren. Durch die Platte passt er sich jeden Unterkuss an. Auflegen. Kurz den Punkt suchen, wo man hin will. Unten festhalten. Und schießen. Weiterhin besticht er derzeitig durch seine Größe. Ist klein, passt unter jedem Autositz, ist immer dabei. Klappert nicht, wenn er klappern soll. Und klappert auch nicht, wenn er nicht klappern soll. Klappert. 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 Untertitelung des ZDF, 2020